so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es die matrix von argento eine neuheit für dieses jahr silvester 2021 22 vorweg schon mal ich bin sehr überrascht von der größe des baukörpers dieser batterie sehr also unglaublich dass das ding wer das nicht hier noch mal meine hand wer sich das nicht ausmalen kann das ding ist wirklich kleiner als eine poison und das soll schon einiges heißen auf dem kaliber von 20 millimeter haben wir 16 schuss mit 168 gramm und ich sag es euch ganz ehrlich für unter zehn euro bin ich jetzt wirklich sehr gespannt weil auf dem video sah das wirklich geistesgestört aus wenn die so kommt prostmahlzeit das gucken wir uns jetzt an leute ich wünsche euch ganz viel spaß mit der matrix genießt das let's go was haben wir denn hier so was haben wir hier haben hier die matrix eine neuheit von argento die immer noch sehr sehr hell steht sie hier also ich darf noch mal betonen die ist kleiner als eine poison das ist unglaublich und wir werden jetzt mal sehen was aus der rauskommt liegt natürlich preislich bei so ungefähr zehn euro dann testen wir den mal also für den preis also die größe unglaublich also da würde ich sagen leute holt euch die